An der ETA faszinieren mich besonders drei Aspekte. Menschen, Werte und Resultate. An der ETA arbeiten sehr spannende, intelligente, kreative Menschen. Mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen, ist ein grosses Vergnügen von Polymechanikerin der Werkstatt bis zur Professorin im Hörsaal. Die Werte der ETA, Willkommenskultur, Ermöglichungskultur, Vertrauen, mehr Sein als Schein, das sind Werte, die mir sehr am Herzen liegen und die ich sehr positiv finde. Und schliesse ich natürlich die Resultate der ETA, sei es in der Forschung, sei es in der Lehre oder im Wissenstransfer. Seit 159 Jahren leistet die ETA im Dienste der Gesellschaft wesentliche Beiträge, gründen neue Firmen, präsentieren neue Resultate und natürlich im Ausbilden der neuen Generation von Ingenieurinnen und Wissenschaftlern. Das sind Sachen, die mich begeistern an der ETA.